hey leute was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video heute wieder ein energy drink review und zwar über superman energy drink gespendet von superman energy drink zur dose sieht richtig cool aus ich mag das design so superman wappen emblem da unten energy drink in seiner comicschrift schön blau da hinten warner bros ich weiß nicht ob man es sieht warner bros und die sie hier unten ist noch e-mail na will nicht scharf stellen dann scheiß auf jeden fall steht unten die e-mail kasse www.superman-energydrink.com 250 milliliter pfond frei warum pfond frei ist ein moleque getränk da oben steht koffeinhaltiges molke misch abzeugnis silberner tap und top und und ja ist jetzt an meinem schreibtisch ne mein coolen dosen ja ich will mal sagen ich mach die dose mal auf so kurz so na ok ich war gespannt zur farbe ja ok check mal viel ein wie es geht so hat wechsel also zur farbe gott irgendwie dahinter was ist denn das fleck so sieht besser aus dieser normale energy drink die energy drink farbe diese pissgelbe sache da ne mal zum geruch ok ja riecht nach dem energy drink und nach apfel so jetzt kommen wir mal zum geschmack geschmack schmeckt echt nach apfel und bisschen nach diesem energy drink aber mehr nach apfel richtig gut schmeckt richtig lecker und jo der dose gebe ich 10 von 10 punkten sieht einfach nur hammer cool aus und im geschmack gebe ich 9 von 10 ich mag dieses an diesem apfel geschmack und ja das war's für heute und ich verabschiede mich und sagt tschüss